jetzt geht es schon direkt los ich wollte noch gar nicht anfangen ja hallo erstmal hier zum majestic video ich wollte gerade noch starten jetzt schon direkt 18 uhr server geht es nicht und wir joinen jetzt schon mal mal gucken was wir für eine idee bekommen ich bin gespannt jetzt sag ich euch vielleicht kommt das auch gar nicht rein ich weiß es gar nicht das wird ja der schnitt entscheiden das video nächste woche wird naja ok bisschen plan erzählen life invader ist wieder the way to go auf jeden fall und wir gucken mal wie es wird schauen wir mal was wird was wird nein nein ich habe mein passwort vergessen irgendwann später jetzt das ist das für ein scheiß okay los geht's also aber wir sind ein typ bin ich jetzt gerade ein sims oder was bei der musik okay wir nehmen wir denn rake westman hat auf jeden fall ne glatze ich glaube es war er ich weiß es nicht glaube das hatte ich sogar so ich glaube so wartet so bad das ist doch drake westman wie er lebt und lebt so ich würde sagen ich bin ready und jetzt ich dachte ich komme da sofort rein das ist ja nicht hier wie bei new world nach ihnen ja müssen wir warten die frage ist wie flüssen da jetzt schon drauf ne ja einfach mirkursrad live kommt dann schauen wir doch mal vorbei der hat ja 709 sind voll wie lange dauert denn das schweiter tag dritter tag moin übrigens morgen sind wir live trotzdem schon mal am rande aber mal was anderes wichtiges aller ich bin gerade auf majestik am aufnehmen wie letztens schon gesagt und ich sag wie es ist also das dauert noch ein bisschen bis ich überhaupt drauf kommen ich war vor dem platz 1800 um 18 uhr wo das server liest ich will die eine ewigkeit später wir sehen uns wieder wenn ich das buch durch habe mein lieber für dich gibt es jetzt hier mein buch knossen könig des internets über mein aufstieg und erfolg als streamer geschrieben und gelesen von mir selbst jens knusala noch wenige schritte und dann sind wir drauf noch 22 kommen gibt mir die 20 21 20 sie sind an der reihe ja das ist immer da wow diese sims musik begleitet mich jetzt seit zwei stunden ich krieg alle damit nicht jetzt bestimmt drin ja zeigt mich zeigt mich oder sind wir ja man da gucken wir oder junge ja da sind wir das ist ja auch keine scheiße komm jetzt raus da raus da ich hoffe ich kann reden in dem spiel ich mache jetzt ich sage euch wie es ist wenn ich nicht reden kann ist kacke wo sind die spieler wo sind die ganzen leute was ist jetzt los was das jetzt wow 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 dies ist ihr wegweiser ihr wollt zu einem fernen ziel dann fragt mich ich weiß sehr viel okay äh quest für anfänger ich bin die karte was map heißt karte ich heißt map es gibt ein ort den wollt ihr sehen ich bring euch hin im hand umdrehen ich bin die karte ich brauche ein fahrzeug ja ich hatte ich nachgefragt jetzt geht mir deine karre alter ich heiß map ich heiß map ich heiß map ey du bist du auch neu ok 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 wir fahren was muss ich jetzt machen wir müssen die erst mal raus weil ich hier ist ein bisschen friedhof so ok 15 minuten geil oder so sicherheitsgut der anstellen ist immer wichtig so wenn man das ist das denn hier geistermoppet wo muss ich denn jetzt hin eröffnen sie ein bankkonto wo soll ich denn ein bankkonto eröffnen reden wir darüber deutsche bank wo ist denn hier die nächste bank ich kann doch bestimmt hier ein konto errichten muss ich ja nur an so gangebiet vorbei was ist denn hier los was ist hier ach hier machen alle führerscheine naja wir machen erstmal das was uns gesagt wird das geht ich würde ganz gerne was kaufen wie kann ag ist in der aktion i want to interagieren hallo achso bleibt doch stehen jetzt doch eh ok ja ich ich sag wie es ist ich möchte ein konto eröffnen so was jetzt sprechen sie mit dem jetzt muss ich zum reiseführer zurück und mich verarschen ok ich glaube das war mein moppel ja ja so was jetzt 3.000 dollar enthalten arbeit was kann ich nicht jetzt mal einen führerschein machen da haben wir fast hier geschafft heute nicht entschuldigen sie die damen da drüben hören sie mich bitte ich rede hier an anderen gegen die wand hören sie mich jetzt rennt die frau von mir weg bist du behindert oh ein höre ich auf jeden fall er hat gesagt bist du behindert die ersten worte die ich vom majestik gehört habe bist du behindert oh naja wo doch was geht da bist du denn ich muss hier weg hallo bist du da guten tag hörst du mich bitte sag was ich brauche eine stimme das einzige was ich heute gehört habe ist behindert oh naja dann machs gut tschüss was geht alter mach mal hier komm bisschen talken ich möchte meinen führerschein was ist das ich möchte meinen führerschein machen lust machen ok zweiter stopp personenkraftwagen motorräder personenkraftwagen jetzt muss ich erst wieder zur bank und noch echt junge er ist die über katze mit karte aber hier haben die kein kartenlesegerät wollen mich verarschen gut ok oder von meinem ding was sollen das quasi kommt kapitel kommt 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 du ok jetzt reicht es hier aber jetzt reißt du mich hier an das ist mein moped ich komme aus liberty city da wissen wir wie wir haben die leute verfolgt für dich jetzt schnauze schnauze hier ja auf die die strom hässlich aber noch oder die straße so irgendwas ja auch mal sterben alter ist jetzt gut so okay führerschein war jetzt das nächste wobei jetzt alle flughafen ist deshalb direkt hier drin ja ich möchte hier eine 3-lizenz jetzt mal immer mal zu dir ja ja dann mache ich den der kostet 5000 machen wir erstmal so so wie lange muss ich das jetzt machen ich kann autofahren wie es liegt mir im blut damals schon auf dem barbiker bibu barbiker ich fahre mit meinem barbiker was ok und tor lustig neue unterhosen ja du da bist du da hallo es ist sogar die sounds von hallo ich brauche ein fahrzeug ja natürlich so immer hier ich nehme jetzt mal eine stunde zeit los geht's das weg hier schätze jetzt weg schütze ist der nächste ich kann autofahren wie es liegt mir im blut schütze ist der nächste komm wir werden mal müllmann war müllmann zum tellerwäscher oder so war das so ne boah das war knapp digga die haben das digga rein kann ich hier anfangen zu arbeiten oder was wo ist denn ihr ab da vorne schön dass sie auch mal zerstellen ich möchte einen schock finden kann ich nicht machen geil naja dann muss wohl was anderes müssen wir wirklich erstmal mine machen ne ich möchte bei ihnen arbeiten muss eine axt kaufen sich verarschen aber muss es dann irgendwie noch andere arbeit geben oder irgendwas wo ich vielleicht nicht noch was kaufen muss ich habe mir so preis arbeit oder so was ist denn die kasse braucht ist doch irgendeine scheiße muss es doch wohl geben oder holzfäller kann ich nicht machen fischer kann ich wahrscheinlich auch nicht machen wenn ich fürs pilz sammeln und irgendwie noch einen korb brauche ich einen zu viel hier dann postbote bauarbeiter also wir gehen wir fahren mal zum postbote weil das ist ja unsere bestimmung man hier wohl auch sterne bekommen kann bestimmt was ist das jetzt was piept denn hier so was ist das eine truhe oder was oha was kann man da raus bekommen was das muss das kaputt treten guten tag hallo hören sie mich ne ne sie hören nichts ne servus jungs hallo moin ich kann nicht du kannst mich du kannst mich hören aber ich kann dich hören ähm kannst du mal erklären was sie hier machen wie bitte sagen sie doch was naja kann nix sagen ich werde dich abstoßen oh hier stecht jemand oh stecherei bitte einen blöden stift huuua 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 tot was jetzt was zum rechten fuß was ist denn jetzt los was sind wir hier raus oder ne ist gut ich bin ich bin geheilt weg hier so ich bin heiler ich bin im dealer ja lassen sie mich in der ruhe was jetzt ach nö hallo hört mich einer nene scheiße ach man kann nicht sprechen ja ich kann dir nix machen ich muss nochmal neu starten dann raus na toll ok bitte keine warteschlange bitte ok ja spiel starten bitte ach guck mal ok das geht geil ja dann ja komm lass komm lass komm lass komm lass komm komm Jennifer komm komm dentist Vielen Dank.